Die Digitalisierung von heute gestaltet die Welt von morgen. Das Zauberwort der Bauindustrie heißt BIM. Mit dieser Methode wird das Gebäude über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg in einem digitalen Zwillingsmodell dargestellt. Hier in Deutschland ist einfach ein merkbarer Aufwärtstrend. Also alle Firmen, auch viele Planungsbüros beschäftigen sich mit dem Thema, weil das einfach eine Umstrukturierung der gesamten Baubranche ist und diese Prozesse wirklich auch jeden tangieren und auch einfach die Zukunft des Bauwesens ausmachen. BIM ersetzt die heutige Dokumentenflut aus Plänen, Protokollen und Rechnungen und zwingt zum strukturierten Vorgehen, detaillierter Planung und zu genauen Zeitplänen. BIM ist eine englische Abkürzung für Building Information Modelling. Im Grunde geht es dabei um digitale, dreidimensionale Gebäudedarstellung. Also BIM hat schon das große Ziel, diesen gesamten Prozess abzubilden. Das heißt wirklich von der ersten Planung bis hin zum Gebäudebetrieb, also das Facility Management. Und dazu werden eben auch alle relevanten Informationen, die jetzt vielleicht für den Hausmeister oder für eine Hausverwaltung interessant sind, die für Käufer, Mieter, Eigentümer interessant sind, werden da eben eingepflegt, um dann später zur Verfügung zu stehen. BIM schafft Transparenz. Es reduziert Bau- und Planungsfehler und bietet der Bauindustrie somit große Chancen für die Zukunft. BIM schafft Transparenz. 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 Vielen Dank.